Herzlich Willkommen zur täglichen Weisheit, ich grüße das Licht in euch, heute von Hossein Kassemzadeh Iranscher, Erlebte von 1884 bis 1962, aus seinem Buch Bergsebs, Grüne Blätter. Die Stifter der Religionen haben die Heiligkeit der Liebe verkündet und diese göttliche Flamme mit ihrem Opfer ernährt und ewig lodernd gehalten. Alle Religionen haben diesen göttlichen Prinzip gehuldigt und es gepriesen. Das hohe Lied der Liebe klingt seit Beginn der Schöpfung aus den Herzen aller Geschöpfe und wird auch ewig weiter ertönen. Was wäre aus dem Universum geworden, wenn die Liebe nicht geschaffen wäre? Wenn die Menschen nur dieses eine Ideal in sich verwirklichen wollten, so würden sie das hohe Ziel der Entwicklung allein dadurch erreichen. Wenn die Söhne und Töchter der Erde nur die wahre Liebe in ihrem Leben lebendig erhalten und sie in die Tat umsetzen würden, so würden sie dadurch allein ewige Glückseligkeit empfangen können. Wenn die Erdenkinder nur dem Ideal der Liebe mit Treue folgen wollten, so würde sie das hohe Ziel der Entwicklung dadurch erreichen. Wenn die Menschen wüssten, was für eine erlösende und ungeheure Kraft in der Liebe verborgen liegt, so könnten sie dadurch die Weltnot beseitigen und das Himmelreich auf die Erde herniederkommen lassen. Allen Segen